Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mittelerde Modus Schatten. Und ja, jetzt müssen wir direkt wieder zuhören. Wer das Intro zu dieser Mission noch sehen möchte, der muss dieses Video von gestern anschauen. Bestie, die du zähmen musst. Die erste Lektion der Karagor-Jagd? Wo ist denn die Bestie hin, die wir gerade erlegt hatten, oder der Zwerg? Wozu brauchen wir sie? Wir reiten auf ihnen. Sie sind gute Reittiere für unsere Jagd. Dein Rang wird die Bestie nicht beeindrucken. Für sie schmeckt jedes Fleisch gleich. Wenn du einmal auf der Jagd warst, Jungchen, bist du ein anderer Mensch. Offensichtlich ein besserer, aber wer weiß. Als ich Warks jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um sie zu verstehen. Karagor! Diese Biester hassen Wasser. Einmal wollte ich auf einem durch einen Fluss reiten. Er sprang mit mir eine Klippe rauf. Unglaublich, was sie tun, um meiner Wäsche zu entgehen. Die Jagd ist meine Geliebte. Schön, aufregend, mitreißend. Und sie nörgelt nicht wie meine Frau. Du hast noch nicht gelebt, bevor du nicht auf der Jagd warst, Jungchen. Selbst die Luft riecht anders. Nach Triumph. Fallläufer, hier rüber! Der dort drüben sieht ziemlich wild aus. Versuch gar nicht erst, dich an einen Karagor ranzuschleichen. Der riecht dich auf eine Meile. Was schlägst du dann vor? Spring doch auf und stell dich vor! Hallo, ich bin doch schon auf den Geritten. Fähigkeit freigeschalten. Karagor, Jäger, du hast die Fähigkeit erlernt, den Sprungangriff eines Karagors zu kontern und die Beste damit zu betäuben. Benutze Steuerung, um betäube Karagor zu besteigen. Okay. Wenn der Karagor angreift, hast du zwei Möglichkeiten. Erledige ihn oder friss Staub. Du wirst der Karagor nicht beim ersten Versuch besteigen. Hat mich einige Laben gekostet, das zu laden. Wenn der Karagor blutet, war ich... Ich hab doch... Achso, das geht schon, okay. Ich hab's schon. Der stellt sich natürlich cool an. Genau so lange brauche ich auch, um eine zu zähmen. Du bist wohl ein Naturtalent, Jungchen. Du hast dich gut geschlagen. Wo hast du das gelernt, Jungchen? Ich kam vom Schwarzen Tor. Das Schwarze Tor. Ist es schön da? Klingt echt trostlos. Suchen wir ein paar Uruks. Mal sehen, ob deine gezähmte Bestie für dich kämpfen wird. Okay, sie rennt erst mal im Kreis. Die kennt ihn schon, Bestienzwerg. Ach, das ist ganz bequem. Wobei ich mich frage, warum die nicht runterfallen. Weil es ist ja schon so, dass die ziemlich rütteln. Gerade beim Fressen. Das ist doch Fleisch. Das ist doch total schwer, nicht runterzufallen, oder? Hallo, kämpfst du auch mit Zwergen oder musst du wieder Eiseleine machen? Ist doch immer noch ziemlich grün. Ja, aber der Untergang macht die Jagd interessanter. Klar kannst du heute Karago reiten, aber kannst du dabei auch schießen? Da breite ich doch wieder auf. Was sind die Orkserboden hier raus? Wo soll ich denn nicht auf ihn schießen können? Die Welt war jung, die Berge grün. Kein Fleck war auf dem Baum zu sehen. Kein Baum gemeißelt in den Stein. So, dann schießen wir mal den noch ab. Weil wir dabei sind, auch den. Den hab ich aber eigentlich... Das war eigentlich einer von meinen Spike. Der wollte auch was essen, hat er Hunger. Ach, kann nicht, der noch. Jetzt nicht mehr. Ich hoffe, ich versenke das Feuer nicht meinen Bart. Was? Hallo? Das gibt's doch nicht. Ich hab doch jedes Mal getroffen. Du beherrschst die Gondler. Suchen wir uns neue Leute. Wir suchen noch ein weiteres Lager. Das soll deine letzte Prüfung sein. Kämpfe ganz nach Belieben. Gehen dir die Lektionen aus? Wann gehen dir deine Widerworte aus? Du musst schnell reagieren. Wenn wir dem Graub begegnen, kann ich dir nicht ständig helfen. Als ob man mir helfen müsste. Jetzt geht es um Disziplin und darum, selbst den perfekten Moment zu erkennen, statt darauf hingewiesen zu werden. Einst verfolgte ich einen großen Adler zu seinem Nest. Ich hab von ihnen abgelassen. Schon bevor sie mich auf die Felsen schmetterten. Okay. Oh, fuck. Keine Schosse mehr. Ach, die Lektionen! Ach, die Lektionen! Ja, komm! Na gut, dann lassen wir ihn halt fressen, wenn das so nicht klappt, wie ich das vorgestellt habe. Ich hab gedacht, man kann auch vom Dings aus hinrichten, aber es scheint nicht zu gehen. Ich hab gedacht, man kann mit einer hohen Trefferseite auch hinrichten, lernt man. Aber, naja, bleibt auch nicht. Weil wir das Ziel geschafft haben, tut ihr das sicher? Okay. Soll er eigentlich nicht schwer sein? Das Spiel ist immer viel schneller als er. Okay, aber ich war doch nur eine Sekunde weg. Was ist denn da los? Ich halte Schiff und drücke und drücke, um ein Sprung-Ausschalt-Manöver auszuführen. Ach so, cool. Stimmt, das ist ja mein Haus, dann kämpft er dann trotzdem direkt für mich. Das ist der reichste Lakt, damit du's weißt. Ich hatte ihn. Was hat der Ritter auf einem Karagor mit deinem Graub zu tun? Ah, diese Fragen, Junkchen. Ich dachte, du solltest Anweisungen befolgen. Du beanspruchst meine Geduld, Torbin. Pass genau auf. Und entwickle Respekt für die Bestie. Um sich dem Graub zu stellen, brauchst du die größten Stärke. Denk mal, auf den Lakt verdient man sich Respekt. Sein Graub sah auf jeden Fall ein bisschen anders aus als meiner. Mächtige Beuter, Volk. Danke. Dieser Zwerg ist weit weg von zu Hause. Nicht alle, die wandern, sind verloren. Okay, wo sind wir gerade? Ach, du Scheiße, wir sind ja ziemlich weit weg. Aber egal, die nächste Mission ist relativ nah. Also die nächste Zwergenmission. Mach mal auch direkt mal. Ja, warte mal hier, Spike. Ich hoffe, meine Narben erschrecken dich nicht. Nein, im Gegenteil. Ich trage selbst ein paar. Hahaha, sicher. Was für Narben kann man beim Schwarzen Tor schon bekommen? Splitter? Hahaha, oder hat deine Stimme gelitten, als du deine Soldaten in die Schlacht schicktest? Sei vorsichtig. Meine Narben verlaufen äußerst tief. Der mächtige Krauk hat mir die hier verpasst. Außerdem hat er meinen Jagdgefährten erwischt. Das ist bestimmt der Zwerg aus diesen Artefakten, die wir gefunden haben. Welche Schwachsinnslektion planst du diesmal? Auf Kräweinschießen als Vorbereitung für den mächtigen Krauk? Du willst Krauks jagen? So sei es. Aber nicht irgendeinen. Das ist ein seltenes Exemplar. Er sucht sich ein Revier und ist stark genug, um es zu verteidigen. Und du und ich, wir sind Eindringlinge. Sag, Jungchen, hast du je einen Krauk erlegt? Heute töte ich den ersten von vielen. Jetzt sprichst du wie ein Jäger. Mein Bauch sagt mir, dass du das hier überleben könntest, Jungchen. Da dein Bauch dein größtes Körperteil ist, könntest du recht haben. Du hast doch sicher einen Plan, um den Krauk zu bezwingen. Den habe ich, Jungchen. Und da du so gut Befehle befolgst, erkläre ich ihn dir Schritt für Schritt. Erster Schritt. Wenn er an einem Uruk naht, schleich dich an die Beste ran und bring sein Fußgelenk zum Bluten. Warum nicht die Kehle? An einer Stelle sind die Grauchs nicht mit stacheligen Schuppen übersät. Eine Schwachstelle wird nicht umsonst Graukferse genannt. Ich soll mich an die Bestie heranpirschen? Wenn du es kannst, ohne zermalmt zu werden, ja. Klingt gefährlich. Da ist er. Was für ein prächtiges Exemplar. Das ein prächtiges Ende findet. Einführung Krauk bluten lassen. Halte linke Schiff gedrückt, um dich an einen unanmerksamen Krauk heranzuschleichen. Und drücke linke Maustaste, um ihn bluten zu lassen. Dies fügt dem Krauk massiven Schaden zu und lockt Karagor an. Ah, cool. Weil dir das Blut riechen, oder was? Ich muss in die Ferse stechen, damit er blutet. Gehirnter Krauk Gehirnter Krauk sind selten und können über 20 Fuß groß werden. Nur wenige von ihnen leben noch in freier Wildbahn und noch wenige sind in Mordor anzutreffen. Aufgrund ihrer Größe, ihrer schieren Kraft und Wildheit sind sie vor allem anderen Biestern in Mordor gefürchtet. Einen dieser Riesen zur Strecke zu bringen, wenn überhaupt möglich, erfordert einen erheblichen Aufwand, denn sie sind außerordentlich zäh und widerstandsfähig gegenüber aller Arten von Waffen. Diese... was sind das hier? Sind das auch mal Hirner, oder was? Diese Krauks sind mächtig genug, um in Mordor's feuchten und stinkenden Höhlen zu hausen und diese voller Grausamkeit bis aufs Äußerste zu verteidigen. Okay, Krauk, Karagor... Nein! Fuck, ich sterb gleich. Ohne Karagor bin ich zu langsam. Nicht umbringen und eigentlich auf ihn draufspringen. Oh, verflucht, ey, verflucht. Muss ich ja echt an den scheiß Nahkampf gehen mit diesen Viechern, ey. Ich hab eigentlich gehofft, dass ich einfach nur von hinten irgendwie draufspringen kann. Na komm. Fuck, man, dieser eine soll mich mal angreifen, oder? Vielleicht, wenn er jetzt hier ist. Ich hab ja Glück, na komm nochmal hier hin, dann kann ich ihn auf den Traum... Ach, da liegt gerade. Moment, Moment, Moment. Das klingt recht einfach. Hä, passiert doch gar nichts. Hä? Aber ist doch gar nichts passiert, ich hab mir noch in den Kopf geschossen. Ich muss jetzt erst zu ihm gehen, oder was? Okay. Hey, du! Ich habe schon größere Graus erlebt. Da war ich noch ein Junge! Kommt der denn da nicht her? Ich dachte, er will ne Ablenken. Hier drüben! Sieh her! Was gibt's Besseres als eine Schwerf zum Nachfisch? Wir sind echte Appetiefoffen! Falls du mich schnappst, bevor ich dich mit meinem Hammer erledige, schmiss rein! Schieß ihm in den Kopf! Ach, jetzt funktioniert das. Also, ich hab mich schon hundertmal in den Kopf geschossen. Okay, Zeitlupe. Ja, cool. Was war das denn? Hey! Komm und hol mich! Ja, genau! Schnapp mich, wenn du kannst! Oh! Schnapp mich! Los, was kann ich noch besser! Oh! Ah, okay! Ich muss ihn also zweimal in den Kopf schießen. Was ist Schritt 4? Es gibt einen vierten Schritt! Es sollte tot sein! Du musst es falsch gemacht haben! Ich befolge deine Befehle! Tja, das ist dein Problem! Denk selbstständig! Fähigkeit freigeschaltet! Kraukjäger! Du hast die Fähigkeit erlernt, auf einen betäubten Krauk aufzusteigen. Nähere dich dem betäubten Krauk und drücke L, um auf ihn zu steigen. Dann kannst du drücken, um einen betäubten Krauk von oben zu besteigen. Okay. Ich hab eine Idee! Was machst du da? Du kannst keinen Krauk sagen! Vielleicht doch? Das ist ja zu langsam. Ich muss jetzt genau nochmal das gleiche machen. Was? Was? Oh nein! Ich hab's doch fast geschafft! Ah, gut. Ich muss nur nochmal dieses Reiten schaffen. Dann geht's ja. Jetzt muss ich warten, bis die wieder da sind, sonst kann ich nämlich nicht aufsteigen. Also manchmal geht's einfach noch nicht. Okay. Ich hab eine Idee! Was machst du da? Du kannst keinen Chaos mehr! Okay. Ich reihe jetzt echt auf einem Krauk, oder was? Einführung Krauk-Angriffe. Krauk können Feinde in der Umgebung angreifen. Sie können außerdem Urux greifen und essen, um Gesundheit zurückzuhalten. Geil. Das ist ja cool. Yummy! 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 All das! Urux! Vitamin! Die schmeckt alles sehr, sehr lecker! Ich muss nur auf dem Pfund sehen, wenn das so ein... ist. Ist das normal ein? Das kann man gar nicht richtig sehen. Schade. Dann machen wir die einfach mal alle Platz. Ich hab's nicht... Die haben's nicht ernsthaft geschafft, den Krauk umzubringen. Mit normalen Schwertschlägen. Ich hab gar nicht auf seine Gesundheit geachtet, verflucht nochmal. Oh, das gibt's doch nicht. Du musst es falsch gemacht haben. Naja, ich werde jetzt erstmal einen Cut machen. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Wenn ihr wissen wollt, ob ich's doch noch schaff, diesen Krauk zu dominieren und ihn zu reiten, dann... schaltet morgen wieder ein. In diesem Sinne, euer Paxes. Tschö, tschö, bis morgen!